hallo ja ich habe das gefühl von dem aufleuchten von meinem mikrofon symbol wir haben dich nicht gehört hat hast du gesagt also kaum wer hat mich jetzt schon gefunden also wenn du schon so sagst so hallo ihr hört mich aber schon dann hast du davor schon was gesagt oder ja aber das ist nicht das hatte ich das gefühl vor dem hallo habe ich mich das ist ein bisschen an fortschritt weil ich das nicht wollte es ist halt schwer zu wissen ob du davor hat gesagt ja ich mache gerade in der sekte er lässt mich in ruhe pass auf vielleicht hat er gemerkt dass ich ein tote mache so normales unabhängig davon habe ich ihn hat an dem scheiß look gehabt und dann hat er keinen bock mehr gehabt glaube ich ok ja hat sie gesagt hast du gehört jetzt hast du zwei war er hat das wert aber ich glaube der schafft es wieder mal nicht weil er hat es geschafft er hat es geschafft er hat es geschafft wenn es alles zurück war ja das graziers sie ist die espanol das graziers sie ist die einsteuerung an alter ja wieder noch 15 mal die dann Die kommt zu mir an Wenn Jen fängt, drängt an sich selbst zu heilen Wow Die ist komisch Ja, wenn die sich hingehockt hätte, dann hätte ich sie doch schnell heilen können, aber Was soll's Den die Palette hier dran auch massivst verschwendet Kann der bitte uns mal in Ruhe lassen? Der hat gerade drinnen die Tür kaputt Der hat an dir vorbeigezischt, wa? Ja Der ist echt verwirrend, der Typ Der will uns den Jen irgendwie nicht geben, glaub ich Der ist ja Der ist ja wir da oben auf dem bügel aber er geht da wieder hin die ecke okay dann komme ich zum abhängen nämlich ich war hinten in der ecke an der halle da so dem unserem hinten in der ecke ja hat den poppenden wiesel bei oder ich habe jetzt ehrlich gesagt ich trau aber er will mich haben ja dass wir leider das ist wie essig aber ich habe hier noch mal zeit verschafft ja ich jetzt vor gelassen ja hatte ja weil ich jetzt schon aktiv scheiße die palette hast du schon gebraucht oder ja da hinten hat eine palette ok kommt links oder rechts von gebäude es ist echt ein bisschen random was wir hier tun der wollte nicht mehr mit mir rumlaufen so hinten waren drei chance auf der seite der typ ist komisch ich mag den nicht und der random hat alle paletten hier benutzt alle in der mitte sind keine mehr gar keine die ist kaputt ich habe ihn nicht ich habe ihn jetzt schon der ist blöd blöd zurück flurry wo bist du meine geliebte fleur 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 wo ist meine geliebte fleur 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 was ist denn mit dem falsch du bist schon dass ich die runde speicher ja wäre ich weil ich gesungen habe oder halt gemein ok mach doch den jans fertig ja ich bin doch schon an dem jans ranne hier sind wirklich keine paletten mehr ja ich doch mal nicht sonst kann ich das zeug jetzt fertig machen nein du hättest schneller nein sagen sollen wenn ich doch auf dem boden liege und der kinder direkt hinter mir ist ja aber wenn er direkt hinter dir ist hätte ich auch gedacht dass er dich direkt hochhebt aber er hatte ich so viel ja weil der ein fenster war und deswegen wusste ich ja nicht aber du hast doch nicht gesagt dass ich fertig machen also auch nicht nicht fertig machen willst du noch meinen schlag finken oder hier ist noch ein tote wo war der zweite ausgang ich weiß es nicht ach hinter der check ist der weg immer hinter der check und öffnet den so langsam hier auf der seite war ich noch gar nicht ich bin wirklich nur von hier nach hinten rüber gegangen eigentlich hauptsächlich du hast mich weggeschoben findest du das gut dich gar nicht weggeschoben doch wo habt ihr das ding jetzt aufgemacht hier hinten hinter der check ich hab die luke gefunden ok äh mach Heilung bitte bevor wir dahin gehen Jay du läufst an mir vorbei wie du läufst an mir vorbei da war ich gerade gestanden wollte ich noch vor dir heilen lassen ach so entschuldige weil ich der wird facecapt wir brauchen mich jetzt in dem fall komm ok weil ich ich hab metal of man ich kann mehr als nur einen hit tanken und dazu hab ich nochmal ein step tick dabei also sprich kann ich noch mehr machen ich kann das bies hier machen das ist gar kein tele spiel aber er hat auf einmal kiffe Außer, er macht das. Die war jetzt schon das zweite Mal. Der wollte mich einfach nicht hin. So ein Arsch. Ich hab nur einen Schutzhütter bekommen. So Savage, wie man es historia!